Musik A-Punkt Erstmal A-Punkt und du bringst die anderen zum Dings, ja Kannst du mich einladen? Oh, perfekt A-Punkt gesehen hat, A-Punkt gesehen hat Warte, geht wer los? Dank, wir kennen die Base Fuck, ich kann jetzt keinen, warte ich Okay Setzt Groby wollte jetzt eingeladen werden, ne? Ja McGrawler Ich geh ins Dingschütz Ich hol mir den Hund Setzt eure Infanterie-Torrets an den Ausgängen, Leute beim Abbruch Ich bräuchte den Sniper, Sniper hier Warte Groby, geht gleich los Ja, ja, kein Klima, lass doch hier Ruhe Der Lexi pendelt immer noch über am Punkt Seh ich Gut, jetzt komm rein, weil sonst muss ich nämlich die KFET-Lader rausschmeißen Das will ich auch nicht Snipe-Snipe-XX ist auf ESA und mir, der geht raus Was soll das denn, Alter, dann hol ich lieber den hier wieder rein? Ja, jetzt muss es Soll ich mal irgendjemand übern B-Punkt absetzen? Sniper Ja, bitte komm mal beim Warte, ne Wir müssen sie so durchkämpfen in richtung nordwesten ist ein gegner gut alles gut kann jemand bei mir respawn dann setze ich ihn über den b-punkt ab probi bist du drin oder musst du eingeladen werden oder was der trupp ist aber öffentlich normalerweise so muss ich mal kurz gucken oder mal ja warte ich ich hab dich jetzt bis eingeladen probiert ist eingeladen Leute ich bräuchte etwas unterstützung beim b-punkt ja vielleicht ein Mann ein Mann nur es reicht es ist hier glaube ich kein Widerstand derjenige braucht nur an der in der galaxie respawn sorry Alex Gamer B-Punkt gesichert ja ok ok ich bin drin aber kann ich gelesen ja musst du glaube ich mal ein paar mal ReDplay machen um da rein zu kommen da wird aber gerade ein Zandi aufgestellt beim b-punkt ich gehe komm sitze zu dir passt schon ist alles gesichert hier glaube ich ist nichts ja dann die anderen die sind Southgate Checkpoint genau alle anderen bitte auf b und c verteilen denkt daran dass jeder jeder Punkt einen Medic hat Leute ja und noch was ab jetzt werde ich ein bisschen was für den Trailer aufnehmen ähm jana bill bitte verteilen auf b und ne quatsch auf was war das a und c a und c verteilen und dann dass jeder Punkt dann Medic hat ist bei c schon Medic wo soll die Galaxy pendeln Galaxy bitte über der Station pendeln wenn du keinen Beschluss kriegst ja gut halte dich möglichst hoch oder niedrig am besten Höhe Weltraum bitte ok ich wundere dass wir jetzt bis jetzt noch keine einzige Luft irgendwas keine Luftheinheit nicht getroffen haben ja weil die Lutscher alle auf Isernier sind ey oder sonst wo rumguckt einer guckt so rau einer guckt so mein Gott da hast du erst eingenommen alles Thea alles Intim und dann verlieren sie einfach nur wegen 92% ja ne aber wir sind auch hohen dann also soviel zum Thema wir schaffen keinen wir schaffen keinen ich mach mal ich mach ich mach mal erst mal wie die Pleuchts dass ich dir ein paar Granaten hin weil dann können die dann müsste Sand kriegen wenn wir die nächste Base noch holen haben wir einen Gewinnpunkt mehr ich bin jetzt auch für 511 Meter ich bin grad alleine auf C an C gut bitte 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 verteilen Leute dass du auf dem C Punkt Pille geht zu C sehr gut pendeln auf 511 Meter überm A Punkt Robi geh dann auch bitte zu C wenn es geht denn wenn wir so weitermachen holen wir die N10 nach 1 und regeln was denn ab dann schmerzt sich den da Robi auch beim C Punkt denn wenn du dann soweit bist ja gehen wunderbar ich werd dir erstmal alles vermieden dass wir beim B Punkt erstmal ne Überraschung kriegen putz 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 ich glaub wohl eher wenn da ja ne Einheit reinkommt klar bekomm ich hier eher die Überraschung es ist nicht so wichtig alles klar Hauptsache dagegen hast du den Punkt gesichert ganz genau was mit mir passiert ist nicht so wichtig hast du richtig erkannt auf jeden Fall du kannst gerne gehen klar durch auf jede Stelle ja sicher 4 Minuten 4 Minuten noch Leute lasst euch da nicht überraschen jetzt glaub ich glaub guck mal auf der Karte wie die unsere alten Basen aussehen Ah is in coming Ah is in coming Ah is in coming Milik Pass ist noch Milik V Kontakt bei A Leute ok Schaut das noch nicht Riva Riva Frank post auf da oben soll ein Riva sein ich spür immer mein Riva wie Maja schreibt Why did you guys kick Instagram Ich antworte da mal kurz schreib mal dass er immer wieder reinkommt der Lutscher 3 Minuten 30 noch Leute das ist noch ein bisschen Zeit Achtung Oh Kontakt Kontakt Achtung Ich hab mich grad schön zurückgelegt Fangen wir jetzt bei B ab Fangen wir jetzt bei B ab Ok gut Schnell aber bitte Kattu spawnen der Gekse Supergrubi lauf nicht so rum das macht uns sehr böse Ich komm runter Ja ich geh da hinten rum und völlig Alfa starren Du bist richtig in der Superhöhe so dass die nicht mit uns rechnen Einmal ein Schuss Oh oh Wir sind der nächste Punkt Robi komm rein Ich spawne noch mal in der Galaxian Stopper A Einen hab ich den anderen aber nicht Bei B Da sind nur einer bei A Bei B ist nur eine Einheit Ne da sind zwei Einheiten Einen hab ich umgelegt und der andere der uns die erste runter geholt hat der haben wir gekriegt der hat mich gekriegt meine B Punkt gesichert Da stimmt was nicht Ich geh wieder rüber zum A Punkt Oder ne Dann hat er mich auch mit umgenietet Ok das kann sein Ne Pelle du hast nicht zufällig Ich minen mit Claymos Ne tut mir leid Medik jetzt Ok Der Lutscher wird wieder kommen Aufpassen Ich kann schnell umändern wenn du willst Oh oder glaub ich weniger Haut euch auch bitte das Das ist das HNS Visier rauf Das ist nachts nicht gerät Also das Ja Das ist durch den Nebel Das ist durch den Nebel Ja Muss ich gleich mal machen Pass auf Skyt kommt Skyt kommt Kann jemand bei mir respawn Mit den Gunner respawn der rüber ist Achto Granate 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 Hier Takt Nordwesten Geht hinten rum Hab ihn Ne Hat mich Ich hab ihn Hat er uns beide gekriegt Hat er uns beide gekriegt Alter Frank Ich spawn wieder B bitte Wo bitte? B Ich auch Einmal bei B absetzen und dann ich weiß nicht ob beim A Punkt Äh Äh Frank so das lebende Taxi Alles klar Zuck Danke Soll ich in die Galaxy hier rein? Ja ne? Komix Wo soll ich absetzen? Bei C Bei C Was ist eigentlich mit dem A Punkt? Hä mit dem HS Visier kannst du ja gar nicht durchsehen durch den Nebel Ah doch Doch kannst du Natürlich Äh das war noch nicht der C Punkt Äh was denn Leute was ist beim A Punkt los? Das war eigentlich auch die ganze Zeit Äh Äh Sonst Du kannst gerne zur A gehen Und da ein bisschen helfen Ich bleib hier Ich bin Medic Ich kann mich selbst teilen Ich mach wie die Pläne geht's noch Der Lexi pendelt zurück zum A Punkt Skyf Skyf kommt okay Die scheint mich bisher nur nicht gesichtet zu haben Hab jetzt Claymos in Da Der Lexi pendelt überm C Punkt Überm A Punkt Mal kurz da außen mal rum und gucken ob irgendwas ist Skyf immer noch Aber wenn man von dem Teufel redet von diesem Video Entschuldigung Skyf ist immer noch da Bei meinem A Punkt Bei meinem A Punkt Ja sehr gut Wir hatten es haben hier gewonnen Wir haben das gewonnen Super Scheiße Achtung ich bin tot Ich bin tot Scheiße Ah das ist wieder dieser Typ der erfolgt und seit Ding Seit diesen Technik Dings Scheiße Boah Der war mir 5er treffen ey 2er treffen Mein Sunday ist fast down Mein Sunday ist fast down Mein Sunday ist down Mein Sunday ist down Wenn ein Sunday down ist Galaxy bitte auf B B B Ich hab ne Spawnlampe gesetzt Frank bitte B Gibt's doch nicht alter Frank Ja Bitte auf B Okay Oh nein B ist safe Bei meinem A Punkt B ist gleich wieder uns Ich bin leider nicht wieder so Der schwirr ich der Typ Der hat mich hier Gehäuse Und der hat Gernompt A Punkt ist ziemlich viel los Leute Achtung auf die Tür Oh fuck Leute wie weit flieh ich denn A A Ja ich bin tot Was ist los mein B Was ist mal los beim Dings Punkt da B ist sofort Sobald ich es schaffe dass ich dort lande ist sofort wieder da Der kämpft da nicht Da geht da immer wieder hin Captured das und dann geht da wieder Danke sehr so Ich hab B Lein und Pille bitte in die Galaxy Wie kommen jetzt wir gehen jetzt auf den B Punkt Brauch ich nicht Passt schön Bleib durch Ja Bissen jetzt aber langsam Drehen sie alles wieder zurück Pille du gehst bitte bei Du gehst bitte beim äh B Punkt mit Ich bräuchte eine Einheit auf B bitte Vielleicht nen Stalker als Churchrater Ich hätte dir gerade mitten in die Fresse geschossen älte Na ja Mal gucken warte mal Pille du gehst jetzt bitte auf den B Punkt mit Wir kümmern uns um den A Punkt Bei C ist jetzt auch ein Gegner aber ich glaube nur ein Spion oder so Einer ist auf jeden Fall gerade in den Claymode reingelaufen Wirklich in meine? Ja Hat er gar nicht? Oder hat er kaputt gemacht? Ich weiß es nicht Spawnlamp Spawnlamp beim A Punkt ist übrigens auch nur aktiv Leute Da könnt ihr auch wieder kommen Das war dann mein äh Dings mein Bewegungssensor der ist mitgegangen Jetzt ist einer reingelaufen A Punkt wird wieder gedreht Leute geht rein Alter Ich setz Rauch beim A Punkt Was ist Lein? Was ist Lein? Ich bin bei A Ich bin bei C Kontakt bei mir Nee Kertis Oh shit Pille passt ein wenig auf Pille Sei wachsam Hey wie viele Leute sind denn da alter? Was ist denn da los? Ich bin immer rum Ja ne aber du stehst zu ziemlich offen da Das heißt die können die von jeder scheiß Tür wegrotzen Spill auf Macht immer Leute macht Leute macht immer wieder beim A Punkt nen Drop Leute Macht immer wieder beim A Punkt nen Drop Macht immer wieder beim A Punkt nen Drop Das mit der Galaxies raus Können leuchten mehr Aber ich kann jetzt innerhalb von Sekunden zu jeder beliebigen Scheiße hinfahren Lampels down Ach jetzt bin ich drauf gegangen Was war da los? Du hast dich bewegt in der Luft Ey Leute wir haben vorhin ein ganzes Technik Anlage eingenommen alleine Und jetzt schaffen wir diese eine kleine Base nicht Kommt Leute Ja da ist ja wohl mehr Aktivität als bei der Technik Anlage Das hast du vergessen Vor allem haben die einen Overpop Da waren weit mehr Technik Anlage Komm da kommen 2 Einheiten 2 Einheiten Pille 3 3 Eine down Eine down Eine down Der C Punkt ist doch schon wieder gedreht hier Was war da los? Lampels down Können wir rein Wir könnten etwas Unterstützung bei B brauchen Wir brauchen Unterstützung bei B Alle 3 tot Alle 3 tot Fuck Sehr viele Einheiten Wir konzentrieren uns auf B und C Leute Der C Punkt ist irgendwie gedreht Ja C halten wir gerade B B Sorry Bitte Der Rest bitte beim C Punkt jetzt droppen Wir müssen zum C Punkt Unbedingt Okay wo ist der C Punkt Kannst du mir den markieren? Ja machen wir sofort Keine Sorgen Ah verdammt ich bin tot Warte Truppweg Punkt ist drauf Truppweg Punkt ist drauf Ich spawn der Galaxy Ah Punkt wird jetzt gedreht Frank Frank Das ist ein Spion Frank Es ist ein Spion Bitte B Innen auf dem Weg zum C Punkt B Ja Ja wir müssen jetzt aber gerade beim C Punkt runter Achso Fliegieren zum B Punkt Frank wie sieht es aus mit Reparieren? Schlecht Mus kurz warten 3, 2, 1, und raus. Oh scheiße, Liberator im Anflug, ich glaube, ich hau mal kurz ab. Ja, hau mal kurz ab. Geh das? Geh nicht rein, geh nicht rein. Ich geh nicht rein. Der hat mich eh schon gesehen. Achtung, der hat mich gesehen, weißt du. Ja, das ist der Spiker. Wie sieht es aus, ist die Galaxy online? Ja, die ist noch da. Gut. Wohin? B. Druckpunkt? B. Oder wohin? Sorry, ich bin so hoch, ich kann es nicht mehr sehen, wo die Bütter sind. Wenn ihr Verstärkung braucht beim B, dann sag das, Junge. Diese zwei Leute scheiße. Ja, ist mir klar. Auf die andere Seite, auf die andere Seite. Leute, wir müssen das gedreht kriegen, sonst geht alles wieder vom Anfang an. B wird stört. Ich hab vor allem Hunderter. Hol, ich mach bitte WeDeploy, geh bitte mit zum B-Punkt denn. Du kannst ruhig noch ein bisschen tiefer fliegen, das macht nichts. Ja, das Problem ist, da ist ne Liberator. Ja, aber... Irgendwo unterwegs. Er kann, du kannst den ganzen Trupp auf B setzen. Ich hab einen Trupp auf B. Oh, wir haben Kontakt beim C-Punkt. Ich hab eine 3 Promille-Granate. Einfach zurück zum Trupp. Wie viele Einheiten sind gerade auf dem B? Drei Promille. So, Einheiten seien die 10 Jünger entfällt aus. Nächster ist tot. Okay. Ich bin draußen. Wie viele Einheiten sind bei B? Zeig mir aus welchem Haus du gehst. Liberator markiert. Könnt ihr vielleicht noch einen Punkt auf... Ihr habt ja die Platon-Wegpunkte. Könnt ihr vielleicht einen Platon-Wegpunkt noch stellen, bitte? Okay. Ich bin gerade auf Mysteriöse. Vielleicht auf den anderen Punkt. Platon-Wegpunkt ist auf C. Okay. Wir sind... Nee, auf... Ja, auf C, genau. Wie gesagt, ich glaub, wir müssen wirklich jetzt langsam hier zum B-Punkt, Alter. Wir haben ja unsere ganze Timers jetzt...